Simona ist Teil eines Maltisisch-Sizilianischen Projekts, bei dem Wolken aus Vulkanasche überwacht werden. Alexander ist Teil eines deutsch-niederländischen Projekts, bei dem es darum geht, die Verbreitung multiresistenter Bakterien in Krankenhäusern einzudämmen. Daiwa hingegen ist Teil eines Netzwerks, das ökologischere Modelle in der Landwirtschaft anwendet, um die Verschmutzung der Ostsee zu mindern. Und wussten Sie, dass Sascha einer von 60 Unternehmern aus Südeuropa ist, die ihre eigene Firma auf dem Land gegründet haben? Nicht zu vergessen Patrick, der im Rahmen eines cleveren Projektes zwischen der Slowakei und Österreich ein virtuelles Labor für sein Automobilunternehmen entwickelt hat. Dies sind nur einige der vielen europäischen Gesichter, die versuchen, zusammen mit ihren Nachbarn Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden. Tag der Europäischen Zusammenarbeit 2013. BIPA geführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017